Hey cool, ich bin jetzt der Supporter. Wie cool ist das? Wir haben einen höheren Jump. Ich habe einen zweiten Perk zur Auswahl gehabt. Ich bin jetzt in eine neue Lobby reingegangen, weil mir die Folge ein bisschen anzupft hat. Use the Shield Projector on a fellow Hunter to block all damage dealt to them. Support's Cloak ability is the team's best tool to recover from a losing fight. Activate Cloak to revive teammates or flee the fight unseen. When in combat, use the Laser Cutter to deal heavy damage. Aim the Orbital Barrage, then deploy it to rain down death from above. Ahhhh, das wäre kein Orbital Schlag. Isn't it glorious? Mark up, buddy. I think you are the only person on the team having actual fun. What is not fun, is great adventure. Well, I think most of us are sort of worried about whether we're going to die here. But I can tell that ain't you. I do not mind dying here. Dying to help protect people. You don't got nothing to look forward to. Look forward. I want to die while I am young and puke. Not live until I have face like griffles. Look like old man's wolf. Okay. Mammoth bird! I'm gonna start with the heart to get close enough. Okay, Dr. Death. Stand still a minute. Stand still a minute. Let's buy a shield. They should get over here long, youngs. The kind of carrion bird circling over something. Why did I see this? I see it! Half a click away! Let's go! Why have we seen this? Gesehen Das ist es nicht So, da ist es Mit der Sword sollte ich doch mal stehen können, dass ich eine Heilung bekomme Oh, fuck. Wir müssen es versuchen zu finden. Oh, 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 oh. Was? Ah, hier. Okay. Ah! Something can break here. What's the dainty monster coming up? Outdown! Help! Break it! Hey! Suck on that! Okay. I need help. Got it! Ready orbital fire! Oh, fuck. I don't have to be aware of it. Oh, fuck it. Ah, fuck it. Whoa, 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 whoa. Oh, fuck. Ah, fuck. This one's KGOTI run, eh? Überhaupt KGOTI run, eh? Oh, fuck it. Oh, fuck it. Ah, das ist der Roboter, was der Mark sagtkommt. Der Bucket. Er hat den einzigen Schaden geschildert. Ja, das ist aber dann mal eine kurze Runde. Ich werde versuchen wieder eine zweite Runde zum Capture mit den Supporter und hoffentlich geht es dann besser. So, neue Runde als Trapper. Ah, Supporter soll ich sagen. Mal schauen, wie sie jetzt läuft. All right, we got a job to do. Move out. Und up geht die Post. Hier wird vorne was glazen und still kann mit Tabulata die Minimap öffnen. Wie cool ist das? Ah, okay. Okay, Monster Trap. Oh, die haben schon gesichtet. Wo ist der User? So. Okay, Jet Camper. Die Tipps kenn ich schon, danke. Leute, wo seid ihr? Ich geh mal zu Daisy. Wartet, drüben sind sie. Oh, da ist das Monster. Oh, da ist das Monster. Spanish der Niveauatoik. Weizen. O, o, o. Sie sehen. Sie sehen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Ja, wir haben es geschafft, ja, Baby! Und ich habe schon gesehen, ich habe versucht, so gut wie möglich, meine Leute zu schilden. Und das dürfte, glaube ich, das in der Siegentscheidung sein. Vor allem im Medik habe ich, der hat zum Schluss noch ein bisschen gerettet. Ja, Level 3! Okay, jetzt kriege ich für ein Monster was. Cool. Oh, ich muss sogar noch einen Lever. Wie cool ist das? Das war jetzt eine richtig gute Runde. Okay, Jetpack zurück. Charaktermastery. Okay, da habe ich ein bisschen Lust gemacht. Wo auch. Und Laser Cutter hat es nicht zu viel. Ja, super. Was ist jetzt mal ein bisschen... Und was ist jetzt noch mal heute? Ja! Ich bin mit Leid. Ich bin mit Leid. Vielen Dank.